Hallo zusammen, hier ist wieder heute Lounge, hier wieder für euch in Dragonflight NWX. Uns wollte ich heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, was wir hier in diesem Vault erhalten können, auf der verbotenen Insel. Und dafür müssen wir ja erstmal ein paar Schlüssel farmen, um da reinzukommen. Die Droppen von Rares oder auch von Quests gibt es hier unter anderem. Und zwar haben wir hier Schlüssel des Gewölbes von Zekera oder wie man das auch immer ausspricht. Und sobald ihr dann in dem Gewölbe drin seid, das wechselt ja mal jeden Tag, können wir hier unten so Türen aufmachen. Da gibt es dann insgesamt vier Ebenen und das Ganze ist ja jede Woche quasi ein bisschen anders. Und dementsprechend sind die Räume auch immer an anderen Stellen. Was wir jetzt machen wollen für das Toy, das ist einmal das hier, Sporengebundene Essenz. Wir brauchen erstmal einen Alchemieraum, der sieht so aus. Und dort sind ein Haufen Fläschchen drin und diese Töpfe. Und wichtig ist, was wir jetzt brauchen, wir müssen erstmal eine leere Fiole holen. Und dann brauchen wir heiliges Wasser. Und sobald wir die beiden Komponenten haben, brauchen wir einen Raum, wo ein Haufen Knochen drin sind. Ich habe jetzt elf komplette Vaults durch, also das ist jetzt der elfte Vault, den ich spiele mit dem Twink, um dementsprechend diese Konstellation zu finden. Also die ist nicht sonderlich häufig, will ich damit sagen. Heißt, hier haben wir jetzt diesen Knochenraum. Ich habe jetzt schon ein paar von diesen Haufen aufgemacht. Wenn ihr hier reinkommt, sind da normalerweise mehr drin. Und es kann dann sein, dass in diesem Knochenraum hier hinten so ein überwuchertes Skelett liegt. Und wenn ihr diese Konstellation habt und quasi den Trank im Inventar habt, dann könnt ihr einmal den Trank hier draufschmeißen. Und dann müsste dieses Skelett anfangen, so Pilzchen aus sich raus zu wachsen. Schauen wir mal, genau da haben wir diese Pilze. Und die können wir dann anklicken. Und tada, da ist einmal das Toy drin. Wie gesagt, ich habe jetzt einige Vaults aufgemacht. Elf Stück waren es. Heißt, es sind immer 29 Türen. Das waren jetzt bei mir 319 Türen und damit auch 319 Schlüssel, die ich gebraucht habe. Das ist schon ein bisschen ein Grind. Ihr könnt natürlich auch beim ersten Lucky sein. Muss aber echt ein bisschen gucken, weil man sieht schlecht. Man kann hier auch drüber fahren. Man kann es nicht ins Target nehmen. Also das habe ich auch schon probiert, ob man es targeten kann. Das geht nicht. So, jetzt würde ich sagen, schauen wir uns das Toy an. Nach langem Farmen haben wir es endlich. Und zwar, schauen wir mal, dass wir es finden. Sporengebundene Essenz. Da haben wir es. Setzen wir mal ein. Und tada, jetzt sehe ich aus wie dieses Skelett. Das ist so ein Sanlari-Troll-Skelett. Ist eine ganz coole Sache eigentlich. Und ja, das ist es eigentlich. Mehr ist es nicht. Und damit sind wir fertig mit einem kleinen Videoguide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Habt mich, dass ihr dabei wart. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.